Hallo Freunde, Willkommen zurück, Willkommen, Willkommen, Willkommen zurück. Heute gibt es eine ganz entspannte und entspannende Skincare für dich. Heute werden wir uns nicht beeilen und einfach ganz gechillt alles machen. Und alle Produkte, die ich verwende, sind von YesStyle. Ich verlinke sie alle, alle, alle unten drunter. Und du kannst auch gerne meinen Rabattcode nutzen, Elena131. Elena131. Okay, und jetzt entlegen wir los. Als allererstes muss ich meinen Pullover ausziehen, weil es sehr heiß ist. Okay, und ich trinke nebenbei auch noch ein bisschen Tee. Schwarzer Tee. Wie es unsere Tradition verlangt, werden wir natürlich als erstes eine Kerze anzünden. Für eine wundervolle Atmosphäre, die dich ganz beruhigt. Ich habe mir heute die hier ausgesucht. Ich finde die sehr hübsch. Ich kann meinen Pullover natürlich jetzt Geräusche machen, weil ich Tee getrunken habe. Stell dir einfach vor, dass diese Kerze positive Energie verbreitet. Sie verbreitet überall Licht. Überall Licht. Um dich herum. Es wird das ganze Video über auf dich wirken. Ich stelle sie da hin. Du wirst sie nicht sehen können, aber sie ist da und wirkt. Okay. Fangen wir an mit unserer Skincare. Und zwar habe ich als erstes hier ein Gesichtswasser. Lactoseca Suiting Toner. Mit Lactoseca Complex. 5 Probiotics. 5 Hyaluronic Acid. Von, ich weiß nicht. Von Unpa. Slightly Acid. Mild Formula. Milky and Watery Texture. Suiting and Moisturizing. PH Balancing. Suiting Toner. That gently helps Skin Moisture. And Skin Texture Improvement. Das sind auch alles probiotische Produkte, die ich euch zeigen werde, glaube ich. Das war so das Thema. Von dem ganzen Paket, das ich bekommen habe. Okay. Okay, wir sehen schon. Es stimmt, es ist ein bisschen milky. Nicht ein bisschen, es ist milky. Da kann man sogar Open, Open the Date aufschreiben, als wann du es aufgemacht hast. Mal schauen, wie es dir gewallen wird. Mal schauen, wie es dir gewallen wird. Mal schauen, wie es dir gewallen wird. Mal schauen, ob es nach etwas riecht, wenn wir es hier drauf machen. Ich glaube, es ist zu, ne? Kein Wunder, dass es nach nichts gerauchen hat. Das ist gar kein Problem. Das machen wir rucki zucki auf. So. Okay. Jetzt riecht es tatsächlich nach etwas. Aber nach was? Ich kenne diesen Geruch. Na ja. So. Tuck. 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 Dann wollen wir dein Gesichtchen ein bisschen mit dem Toner abtupfen oder abwischen. Tuck. 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 Tuck, 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 tuck. Tuck, 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 tuck. Okay. Als nächstes habe ich hier ein Relief Sunrise Probiotics mit SPF50 Plus. Also eine Sonnencreme. Mit 30% Reisextrakt. Eigentlich Relief Sun ist ja... Es ist nicht sowas wie After Sun. Von Beauty of Chosen ist das. Aber ich habe noch ein Screenshot. Da können wir noch lesen. Was es damit auf sich hat. Eine ganz lustige Tube. Also mit Rice and Probiotics. Also mit Rice and Probiotics. Und lesen wir, was das überhaupt ist. Fitted with a broad spectrum. Also SPF 50 Plus. Okay, das ist doch eine Sonnencreme. Und ich glaube, wir machen dir lieber was anderes drauf. Weil ich habe hier noch eine Menge andere Sachen. Okay. Gut. Wie zum Beispiel eine Augencreme von Mary and May. Believe in Truth. Das ist ja ein guter Spruch. Das ist ja ein guter Spruch. Oh. Drain Eczemic Acid. Oder Drain Eczemic Acid. Plus Glutathione. Davon habe ich noch nie was gehört. Eye Cream. Cream that brighten the eye. Contour and improve uneven skin tone. Das probieren wir jetzt natürlich aus. So sieht ja aus. Okay. Ich habe noch geguckt auf die Offense. Aber Eye Cream sind normalerweise nicht viel sehr gut. Das alles so. Tiny tiny. Okay, wir brauchen noch ein bisschen. Juppen. Für die Augenbutty braucht man immer sehr wenig. Wow. This is lovely. Das riecht wirklich sehr gut. Okay. What a lovely smell. Oh. Fühlt sich richtig cool an die Haut. So. Glatt. Als nächstes machen wir ein Schlückchen Kaffee. Da schwimmt ein Fuzzle in meinem Kaffee. Das wollen wir nicht. Er hat sich verabschiedet. Okay. Okay. Die riechen so gut meine Hände. Okay. Als nächstes haben wir eine Bifidabiome Complex Ampulle Intensive Recovery. Von Manio. We begin with our aim to better your life. Isn't that cute. It's time to discover healthy skin of your dream. This highly concentrated functional ampule. Ampule contains skin fortifying Bifidabiome Complex and five types of probiotics that thoroughly pamper damaged skin while tenfold hyaluronic acid fortifies moisturizing barriers. How to use. Take an ampule. Ampule. Also appropriate amount. And evenly apply along facial contour. Then lightly a dab with fingers to absorb. Tab, dab, 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 dab. Let's do this. Jetzt hat wieder so eine fancy Öffnungs-Dings-Boomster. Letztes Mal hat es auch nicht gut funktioniert, glaube ich. Okay. Vor allem. Sieh schon. It doesn't work. Okay, vielleicht muss man das von hier aufmachen, aber das ist zu geklebt. Wir geben nicht auf. Du brauchst diese Ampule unbedingt. Okay. Eigentlich ist es jetzt schon offen, aber wir wollen uns den Spaß nicht verderben. No, it doesn't fucking work, okay? It says hello, wenn du das öffnest. Da kommt der kleine Wub auch schon raus. Okay. Ich rieche nur noch die Augencreme. Ich rieche nichts. Aber das ist relativ... Es ist schon dickflüssig. Okay. Mach dein Gesicht bereit. Okay. We try it out. We try it out. Ein paar Drops. Drop, drop, drop. Und... Drop. Okay. Das... Die Augencreme erinnert mich an so einen... So für... So für... I don't know. Für reife Erwachsene irgendwas. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Wir... Petten das jetzt in deiner Haut. Pet, 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 pet... put... Pet, 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 pet... Pet, 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 pet... Okay. Haut hast du viel. Ich weiß nicht, kann ich nicht sagen. Ich mach noch ein bisschen dein Gesicht auf. Auf geht's. Okay. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap Serum. Serum. Wenn ich das vor der Kamera aussprechen muss, dann bin ich mir nie sicher. Serum. Serum. Ja. Gold Apricot for Gradients and Brightening. Also, es ist praktisch ein Serum, das gepresst wurde, also sehr konzentriert von Blythe. So, haben wir noch irgendwas hier auf Englisch? Weil ich kann dir so gut Englisch vorlesen. Daska. Helps to brighten skin and works well under makeup to boost radiance and leave skin looking fresh and dewy. Let's open it up. Sieht aus wie eine normale Gesichtscreme, with a cool pee on the lid. Mit einem kleinen, ach, der ist wirklich süß, der Spachtel. Okay. Wir sind entspannt. Didn't expect that. Oh, that smells good. Richtig fruchtig. Das heißt aber, dass ich das nicht vertragen werde, weil alles was mit Frucht irgendwie zu tun hat, will mein Gesicht nicht akzeptieren, beziehungsweise meine Haut. Yes, yes, that is true. Aber, du wirst es bestimmt vertragen. What a texture, das ist wie Vaseline oder so, bisschen leichter vielleicht, bisschen, ja, nicht so gepresst. An appropriate amount. Ja, eine Sparkel, das. Auf meine Finger. Und, oh, das ist aber ziemlich viel. Siehst du, was für eine Konsistenz das ist? Was ist hier? Okay. 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 All right. Okay. Oh, so fruchtig. Jetzt werden meine Hände total radiant sein. Siehst du, wie sie strahlen? Ja, jetzt kann ich nichts mehr anfassen, glaube ich. Die sind einfach zu radiant. Okay, das war zu viel. Ich weiß nicht. Wir werden es überleben. Ich bin mir das weiter auf die Arme, damit alles schön radiant ist. Aber du, du strahlst wie ein Pfirsich. Ich hoffe, dass es dich entspannen konnte. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch bei meinen Mitgliedern bedanken. Mein Mitgliedern, Mitgliedern, Mitgliedern. Der Elena Kruder, Elena Kruder, Elena Kruder, Elena Kruder. E.B. Princess. Bullnock. Spiritueller Krieger. Ann. Tarkos. John Ghost. Finsteres Licht. Und Tina B. Dankeschön, Freunde, für eure Unterstützung. Und an meine Supporters natürlich auch. Vielen, vielen Dank und bleibt im Licht. Bye, bye.